Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ghostlike und heute gibt es eine kleine Videoantwort auf das letzte Video von Wohlstandsmüll, was ihr euch am besten einfach mal anschaut. Und wenn ihr das schon getan habt oder gar nicht erst tun wollt, fasse ich es zumindest noch kurz zusammen, um hier einen sinnvollen Einstieg zu diesem Video zu finden. Es ging im Endeffekt um die Entwicklung der YouTube-Community. Und zwar natürlich zum Schlechten, wer hätte es anders gedacht. Denn heutzutage wird man, wenn man meinetwegen Beauty-Produkte vorstellt oder Songparodien macht oder wie auch immer, grundsätzlich mit den Lochis verglichen oder eben dann Baby's Beauty Palace, wenn man eben Beauty-Produkte und so weiter. Und dementsprechend natürlich auch gehatet, weil es kann ja nur scheiße sein, wenn jemand dasselbe macht, wie Leute, die scheiße sind. Und naja, ich meine, dass das natürlich ein absoluter Trugschluss ist, ist klar. Und ich möchte so ein bisschen darauf eingehen, wie man auf so einen Scheiß überhaupt kommt. Doch drängt mich eine Frage, deren Antwort ich nicht kenne, ähnlich wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Was gab es da zuerst? War es das Ei oder die Henne? Drum frage ich, wie das bei euch wohl sei. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Diese Frage zu beantworten fällt zumindest mir relativ leicht. Die Henne war zuerst da. Nicht nur, weil es rein evolutionsbiologisch gesehen Sinn macht, sondern vor allem, weil auch in unserem Beispiel die Henne zuerst da war. Also die Eltern, die erstens für unsere durchschnittlich zwölfjährige YouTube-Community verantwortlich sind. Und zweitens, weil in einem gewissen Sinne auch die Eltern, also die Grundväter dieses Hates, naja, dafür verantwortlich sind, dass heute lauter Kinder ihnen diese Meinung nachplappern. Während vor einigen Jahren ein paar Leute da waren, die sinnvolle Kritik geäußert haben, unter eben meinetwegen den Videos von den Lochis oder auch Baby's Beauty Palace oder Ducky Bee und den ganzen anderen üblichen Konsorten, sind heute die meisten nur noch welche, die diese zitieren. Natürlich sie zitieren, ohne irgendwas von ihnen zu sagen, denn es ist ja schließlich ihre Meinung. Genau. Dem Menschen war es anscheinend schon immer leid, selber zu denken, weil ich meine, dafür ist man entweder zu faul oder schlicht und einfach nicht fähig. Es ist eigentlich nichts Neues, dieses Thema. Und das Ganze gab es auch vorher schon so. Und zwar genau so. Es gab die Leute, die zu irgendwas was gesagt haben, eben meinetwegen wieder die Eltern, die zusammen mit ihren Kindern, um mal ein kleines Beispiel zu nennen, irgendwo hingehen und das Ganze ziemlich scheiße finden. Sie werden also zu ihrem Kind sagen, du, ganz ehrlich, finde ich richtig kacke, hier war eine dumme Idee, dass wir da hingegangen sind, meinetwegen zu einem Weihnachtsmarkt, wo es... Egal. So, wenn also jetzt das Kind am nächsten Tag gefragt werden wird, was hast du denn von der Aktion gestern gehalten, wird das Kind wohl genau das sagen, was die Eltern gesagt haben. Ja, fand ich ziemlich scheiße, weil... Und dann sieht es nämlich so aus, als hätte sich dieses Kind eben dann selber die Meinung gebildet, die es dann wiederum an Freunde oder sonst irgendwen weitergeben kann. Wird jetzt die Freunde jemand fragen, was sie denn von dem Zeug halten, wenn sie wohl auch kaum sagen, ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll, ich habe bis jetzt nur irgendwie hier und da ein bisschen was gehört, was nicht wirklich aussagekräftig war. Sie werden vielmehr sagen, finde ich scheiße. Denn tatsächlich fällt es uns oft schwer, uns einfach mal einzugestehen, dass wir zu irgendwas keine Meinung oder auch einfach mal keine Ahnung davon haben. Viel eher sagt man dann irgendwas, was vielleicht sogar falsch ist. Aber das nimmt man in Kauf, denn es sieht zumindest so aus, als hätte man eine Meinung. Und das ist anscheinend auf YouTube im Moment die ganze Zeit vertreten. Was natürlich zum einen daran liegt, dass die noch relativ junge Community nicht wirklich es hinbekommt, sich selber eine Meinung zu bilden, was einfach wahrscheinlich schon an geistigen Fähigkeiten in einem gewissen Alter, zumindest beim Durchschnittskind liegt. Und zweitens einfach daran, dass es wesentlich bequemer ist. Und drittens vielleicht, dass man hier auch nach einer Gruppe angehört. Also man hat als Einzelner in der Gruppe zwar keine sonderlich sondere Stellung, sagen wir mal, aber die Gruppe an sich ist stark. Wenn es jetzt meinetwegen zwei Millionen Leute gibt, die Bibi abonniert haben und sie feiern, dann gibt es wahrscheinlich sechs Millionen Leute, die sie scheiße finden. Naja, und dann ist es auch relativ klar, dass man, wenn man Bibi jetzt gut findet, das Ganze irgendwie begründen muss. Man muss sich ja erstmal rechtfertigen, zumindest dem Durchschnittstug gegenüber. Wenn man sie aber scheiße findet, dann hat man dieses Problem erstens nicht und zweitens hat man direkt was gemeinsam. Also kann man doch schon mal Freunde werden oder so. Ja, man hat also nur irgendwas davon, wenn man sowas eben kacke findet. So, und nachdem man ja eine große Gruppe im Rücken hat, kann man natürlich jetzt auch so unter jedem anderen Video, was ähnlich ist, argumentieren. Das muss ja auch scheiße sein, weil es auch Beauty ist. Und dementsprechend muss es ja auch scheiße sein, weil irgendwer mal damals gesagt hat, Dagi ist deswegen scheiße. Klar, ich habe mittlerweile vergessen, was der gesagt hat, aber ich kann trotzdem sagen, es ist scheiße. Punkt. Und nachdem das verdammt viele Leute machen und keiner irgendwie mehr nötig hat, seine Meinung zu begründen, weil er es schließlich einfach nicht kann, naja, können wir dann wohl wieder von unserem guten alten Hate reden. Also würde ich mal sagen, YouTube ist jetzt erst das geworden, was es eigentlich hat werden müssen. Es war mehr oder weniger klar. Am Anfang hatten wir diese schöne Spielwiese für Leute, die was Kreatives gemacht haben, um es mal etwas bildlicher auszudrücken. Und jetzt, naja, haben ein paar Leute gemerkt, dass man hier ganz schön viel Geld machen kann. Es ist zu einem Mainstream-Medium geworden und dementsprechend sind auch ganz normale Durchschnittsleute hierher gekommen. Und ganz normale Durchschnittsleute schreiben eben auch ganz normales Durchschnittszeug. Disliken ganz normal durchschnittlich, ohne irgendwas zu denken und so weiter. Also, naja, im Endeffekt nichts Neues. Es war irgendwie klar. Was können wir dagegen tun? Richtig, gar nichts. Irgendwann wird es vielleicht Zeit sein, eine neue Plattform, ein neues Medium, irgendwas ganz Neues zu finden, wo wieder einige Jahre vielleicht die Leute das machen können, was sie am Anfang von YouTube gemacht haben. Und eines Tages wird auch da wieder genau dasselbe passieren. Also, herzlichen Glückwunsch, wer was Kreatives machen wollte, ist auf dieser Plattform leider falsch. Tschüss.